okay so dann würde ich sagen das liegt was steht da ja das ist die blume dann unterhalten wir uns mal weswegen wir hergekommen sind der ist ja noch immer dicht so wie es aussieht hey john was ist marston so uncle told me something about a train what did he say marybeth overheard something about a train of wealthy folk rolling down through scarlet meadows just south state boarder yes you need help with it i ain't even sure about doing it come on at night not to guard it's perfect i thought it through stopping the train pain in the ass sure but what Was ist, wenn wir einen Trennen aufhören? Natürlich. Wir bekommen einen Wagen mit etwas Flammable. Öl. Wir legen es auf die Tracks. Sie sehen es. Sie wissen, dass sie entweder stoppen oder sterben. Kein Trennen-Trenner will es sein. Das ist... ziemlich brillant. Für Sie. Das ist eine richtige Idee. Ich denke, das ist die erste Mal, dass Sie einen von ihnen hatten. Hör auf. Du könntest, der erste Mal, zu haben, eine halte Blöcke zu haben, von einem Wolf, und zu sein, dass wir mehr intelligent sind. Also, wir machen es? Ja, wir brauchen die Ammunition, Schäuze, das ist wirklich schrecklich, und ein Dynamik, um den Trennen zu öffnen. Ich habe die Suppe. Ich muss in die Stadt gehen für Abigail, aber nicht mehr fragen. Wir finden uns eine Öl-Wagen. Ja, ich weiß nur den Ort. Sie sind immer in die Refinung. Es gibt ein altes Rund-Out-Shack, nur über die Borde, im Norden von einem Ort, die sich der Du-Berry-Krieg befindet. Lass ihn irgendwo nahe, Okay. Ah, guten Abend. Fahr zu Rengu. Schön, dass du eingeschalten hast. So. Wagen, die du für John stehlen kannst, sind mit... Ah, okay. Alles klar. Die sollen jetzt also ein paar Wagen stehlen. Und wo sind die überall verteilt? Hier. Es sind zwei Stück auf dem Haufen. Okay. Alles klar. Dann klauen wir mal den Wagen. Good morning, Arthur. Good morning. Moment, was ist das? Die Wette ballern wieder, oder? Hm. Glaub nicht. Oder? Das können wir ja auch noch kurz machen, bevor wir losgehen. Hey, Charles! Auf die Jagd gehen. Ah, nein. Anderes Mal. Jetzt nicht. Jetzt besorge ich erstmal... diese... Wegen. Huch. Okay. Los geht's. Jawoll, ja. Wieder unterwegs. Ja. Mal gucken. Die Wegen, die unter... Die... 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 Die bewegen sich wahrscheinlich, oder? Na ja, klar bewegen die sich. Aber egal. Oh, das war ein Kaktus. Sorry, Plätze. Sorry. Oh, das war nicht so gut. Oh, das war ein Kaktus. Das ist er, ne? Das ist er. Nee, das ist er nicht. Lol. Die... 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 Ja, ja. Alles gut, alles gut, Leute. Alles gut. Okay. Eins ist unter... Nee, die sind beide nicht unterwegs. Die sind beide hier. Sind hier mehrere? Wow, hier sind sogar drei. Hopp. Pssst. Hey, gosh, blöde. Köter. Pssst. Sei ruhig. Oh, da ist einer. Ganz schön viele hier. Ganz schön viele. Könnt ihr den einfach klauen und rausreiten? Eine gute Idee. Ja, der da drüben sieht mich. Pssst. Okay. Wenn man die locken könnte, das wäre nicht schlecht. Da läuft auch einer. Okay. Okay. Schön leise. Jetzt ist der weg, okay. Pff. Pff. Okay, er hat mich nicht gesehen. Nice. Jetzt. Atlas. Go, 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 go. Hey, hey, hey. Ihr solltet da nicht drauf schießen. Das explodiert doch. Verdammt nochmal. Oh, die sind ja echt irre. Die sind ja echt irre. Wuhu. Wir haben, was wir wollen. Weg hier. Wuhu. Oh, Gott. Hey, hey, hey. Oh, die schießen ja noch immer auf mich. Verrückte. Oh, sie retten mir hinterher. Deswegen. Okay, was nehmen wir? Und die hier. Lass bleiben. Tschüss. Hab gesagt, lass bleiben. Jeha. Jeha. Kurz reingeschlichen und geklaut. So muss es sein. Kommt da noch einer? Oh, okay. Oh, langsam. Stopp. Hey. Gut. Wo reiten wir denn hin? Ich hab keine Ahnung. Ich reite einfach. Was ist in diese Richtung? Ja. Gut. Erst mal nachladen. Glaube, ich hab's geschafft. Ja. Muss erst mal das wegmachen. Das irritiert mich voll, wenn das noch immer da ist. Äh, weg. Wuhu. Da muss ich irgendwo den Weg nochmal finden hier. Na, bricht mir noch ein Rad hier. Oh. Da geht's tief runter, oder? Ah, das sollte ich nicht glauben. Aber ich glaub, kommen wir hier durch. Oh nein. Ah, 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 ah. Oh, das war knapp. Puhu. Puhu. Gehen wir mal hier durch. Ja, das sieht besser aus. Und jetzt wieder voll speed! Okay, ich muss ganz kurz, äh, ach, ich bin schon da. Perfekt. Wie komm ich denn da runter? Ah, okay. Ey, cool. Regenbogen. Ist ja schön. Sehr schön. Einmal so. Einmal drehen, bitte. Jetzt einmal wieder nach oben. Und ab. Wo muss ich denn das hinbringen? Okay, hier. Das passt hier, oder? Hä? Nicht? Nein, nicht. Okay. Hä? Muss ich jetzt noch den zweiten klauen, oder? Ist dein Ernst? Nö, oder? Hä? Ist das funktionierend das jetzt wieder nicht? Ach so. Ist da runter? Hallo? Cool. Ist hier irgendwas? Oh, Essensreste. Jede Menge Essensreste. Ist das maßens Versteck, oder was? Ja, das ist vielleicht Brandwurzel. Das, äh, könnt ihr ja schon... Ah, was ist das denn? Eine... Karte. Hm. Interessant. Sonst noch was? Ah ja. Was haben wir hier? Bohnen! Nice. Ja, ja. So. Die Bohnen können ich auch gleich mal essen. Ja. Sehr gut. Ah. Hallo? Lauf doch mal! Es geht nicht mehr. Es backt. Yep. Yep. Ja. Yep. Hoppa. Los. Es geht nicht mehr. Lauf jetzt! Lauft los! Pferde laufen nicht los! Auf jetzt! Lauf! Ich glaube, es backt. Ach, Mann. Mein Scheiß. Normalerweise würden die ja wegrennen, die Pferde. Du kannst drücken, was du willst. Die bewegen sich nicht. Yep. 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 Ja. Fuck! Was ist denn jetzt los? Das ist Spiel. Echt. Spiel! Kann ich irgendwie Fortschritt? Nö, das ist so... Spiel? Kann ich irgendwie laden oder so? Spiel speichern? Spiel laden. Ja, was für ein Laden. Automatischer Speicher. Ja, alles klar. Scheiße war's. Oha, wie lang das her ist. Bestimmt. Oh nein, Alter. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. So ein Mist, Alter. Alter, ich... Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich spreng mich in der Luft. Ich spreng mich in die Luft. Adieu, schöne Welt. Macht's gut. Lebt wohl. Mein Gott, die Lunte zündet ein. Ich bin glücklich. Oh. Achso. Okay. Dann eben so. Jetzt kannst du sie nicht mehr ausmachen. Ohohohohohohohohohohohohohohohohoho. So, jetzt bin ich gespannt, wo der Kontrollpunkt ist. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ah, okay, ja, okay. Finde ich okay. Finde ich okay. Höchstwahrscheinlich muss ich da jetzt nur noch hinfahren. Diesmal. Jetzt ein paar mal gleich dahin. Mal gucken, ob es funktioniert. Da ist das Ding, wo wir hinbringen müssen. Headset. Geht doch. Wusstest, hat gebackt. So. Nice. Okay, erster Teil geschafft. Jetzt müssen wir uns mit John Marston wieder treffen. Oh, scheiße. Plötze, ich hab Plötze vergessen. Ich hab Plötze vergessen. Jetzt darf ich laufen. Scheiße. Oh, nein. Ja, klar ist mein Pferd nicht hin. Ich bin einfach geritten, abgehauen, ohne Plötze. Ah, toll. Oh. Das sammle ich mal. Muss ich jetzt wohl zu Fuß gehen. Aber ich sammle ein paar Kräuter. Hey, warte mal. Hey, Leute. Hey, Leute. Warte, 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 warte. Ich brauch das Pferd. Verdammt. Und weg ist er. Ach, verdammt. Wo ist dein Pferd hin? Mist. Wo ist es hin? Ach, jetzt steh ich hier im Piss. Hab einen Gesetzeshüter mal wieder getötet. War doch bestimmt ein Gesetzeshüter, oder? Ah, sieht nicht so aus. Okay. Dann mach ich mich halt auf die Reise. Auf dem Weg dorthin kann ich auch ein paar Kleintiere schießen. Was hab ich denn dabei? Ach, ich hab nicht meinen Bogen. Alles bei Plötze. Ach, scheiße. Plötze! Ich werd nass! Oh, Mann. Plötze! Was ist das? Kann man essen? Okay. Warum nicht? Moin, Lorenz. Schön, dass du eingeschalten hast. Boah. Weht nur noch, dass ich mir... Hey, warte mal. Da vorne sind ja Pferde. Da vorne sind ja Pferde. Vielleicht kann ich eins fangen. Ein Seil hab ich ja dabei. Okay. Wie viel Ausdauer hab ich denn? Ah, nicht so viel. Warte, ich muss ganz kurz hier meine Ausdauer pushen. Ah, sehr schön. Oh, die grasen da ganz gemütlich. Wenn ich von Windrichtung komme, dann bemerken sie mich vielleicht nicht. Das weiße oder das Spaulder? Mal gucken. Noch kann ich's nicht fangen. Noch nicht. Noch nicht. Komm. Das ist super. Nein. Easy. Easy pitch easy. Ach, komm schon. Ich brauch ein Pferd. Ich muss Plötzler wiederholen. Ach, die laufen alle weg. Die sind echt ängstlich. Das kann ich vergessen. Fuck. Oh, warte. Da ist noch eins. Okay. Okay. You're okay. Nein, ganz ruhig. Nee, ganz ruhig. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Utajonghe, calm. Stay calm. No, no, easy. No, no, easy. That's it. Utajonghe. Okay, was bist du denn für ein Prachtkerl? Voll Blut sogar. Up, 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 up. Easy, easy. No, up, oh, oh, ah. Und weg ist er. Let's try that again now. Alles klar, nochmal. Alles klar, nochmal, nochmal. Na komm schon. Ganz ruhig. Ist ruhig, ruhig. Oh, oh, oh. Tja. Da ist er weg. Verdammt. Ich muss Plötze holen. Egal. Plötze ist mein treues Pferd. Sind da noch mehr Pferde? Nein, keine Pferde mehr. Willen. Die kopier.